Und sowieso, der viel andere Dinge wichtig sind, als uns das, unser eins das ist, der gehört wirklich viel Respekt gezollt, bei sowas dann am Start zu sein und sich überhaupt aus so einer, ich nenne es mal, dreckigen Perspektive, was das Körperliche angeht, als Frau ohne Schminke, ohne Zipp und Zapp zu zeigen und da mitzumachen, finde diese Frau, die das macht, die sich dieser Herausforderung stellt, Respekt, Respekt.